hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück zum retro-klassiker resident evo evoke was auch immer ja chili ist schon ganz ganz ungeduldig weil sie freut sich ganz ganz fest auf die heutige folge aber da ich ja nicht dumm war also wie gesagt ich bin schon mal zurück zum speicherpunkt außerhalb der folge gegangen und habe dann darauf gewartet dass irgendjemand irgendetwas abstimmt danke erst mal fürs abstimmen und danke erst mal fürs abstimmen wie das natürlich so ist hat man sich für die schwierige variante entschieden also danke dafür ich bin aber natürlich nicht dumm ich habe jetzt hier erst mal gespeichert dann habe ich mich erst mal hier mit all dem krassen shit ausgerüstet den ich gerade so zur verfügung habe aber kleinen moment tut mir leid bin immer noch erkältet ich werde das nicht los das klebt an mir wie kacke an dem schuh ja hier die legen wir erst mal wieder rein und verflucht und wenn wir noch einen zweiten heilungsspray mit sprich sprechen als diesen heute los hier es geht immer gar nicht also gespeichert habe ich ausgerüstet habe ich noch nicht habe ich wo ist habe ich wir gehen hier erstmal noch mal ganz sachte rückwärts und holen uns hier kein grünes kraut mehr natürlich nicht 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 schieben nicht schieben versuchen wir es ich bin bereit ich bin dafür ich will das versuchen naja was haben wir dann da einen korridor mit ganz viel grünzeug an den wänden naja grauzeug an den wänden wo es bestimmt schon wenn chill das überlebt steht zu bestimmt einer schimmelvergiftung und ich meine nicht das wert den schimmel ja Prozent aber ich bin immer noch so durch Leute echt nicht da muss ich im Leben im Leben im Leben im Leben im Leben im Leben ich höre schon nicht auf so also hier durch die Tür da geht's ab ich will dich ich bin ganz ungeduldig also gut genug genug äh 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 komm schon komm schon erwisch mich oh oh alter verwalt spinnt das viel äh hier komm hier pow haha pio ah oh was war das denn nadal Herr айн lass mich lass mich was wie daneben warum daneben was ich hab sie ich hab sie fertig gemacht ich hab sie fertig gemacht Tylse deh nah Nein! Oh nein! Oh mein Gott! Nein! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Nein! Hä? What the hell is this? Barry! Chill! Okay! Ja! Boah, geil Barry! Geil! Barry hat den Ding so richtig eingeheizt. Mais! Schon wieder. Hat der Barry gut gemacht. Kriegst ein Bienchen. Eins von draußen, vom Gang. Hehehehe. Ähm, ja. Also. Wir haben wieder einen Schlüssel. So. Haben wir hier sonst noch was rumstehen? Nein, ich glaube nicht. Die hat es schon gemütlich hier. Barry, willst du noch was sagen? Okay. Ich stehe in der Soldatenbereich und schaue. Doch ich bin sicher, dass es noch Dinge in dieser anderen Mansion gibt. Anyway. Let's start searching separately. Okay. Ja, ja. Nur, dass du dann wieder antanzen kommst und sagen kannst. Oh, chill! Wait! I'm saving you! Hehehehe. Hehehehe. Der alte Lustmolch. So, ich glaube wir sind dann hier fertig. Der Schlüssel ist nämlich für's Herrenhaus. Und ich freue mich gar nicht zurück ins Herrenhaus zu gehen. Chris? Nein. Wesker! Wesker! Ich bin sicher. 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 Woher auf der Erde bist du? Du hast aus der Halle ausgesprochen. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Aber ich habe meine Reasons. Vielleicht haben Sie die Leute gesehen. Ich bin sicher. Es war alles, was ich konnte, um sich zu retten. gegen diese... ...strange Creatures. Ist das richtig? Ich bin sicher. 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 Jill, unsere erste Priorität ist weg. Ich bin sicher. Ja, du bist richtig. Jetzt gibt es viele Raum in dieser Mansion, die wir nicht in, weil sie geschlossen sind. Ich habe mich nachschauen. Ich bin sicher. Aha. Nein. Nein, 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 nein. Äh, ja. Klar. Barry! Oh. Kriegst ein Bienchen. Komm. Barry! Bienchen! Boah, wie die zerplatzen. Ich bin ja schon froh, wenn die fliegen, wenn ich sie klatsche und nur so... Macht. Stellt euch mal vor, die würde... Oh, hallo Schatz. Hast du eine Beine erwischt? Äh, ja. So. Nochmal hier rein. Soll ich noch gleich speichern? Ich denke mal nicht. Ich denke mal nicht. Auch wenn es jetzt vielleicht mein Untergang sein wird, können, tun kann. Ich denke nicht. Wir nehmen erstmal hier... gemixtes Kraut. Nehmen wir mit. Gemixtes Kraut. Das ist Rotflinta. Das ist Rotflinta Munition. Habe ich noch mehr? Hallo? Hier. So. Da haben wir 42 Schuss für die Rotflinta. Das sollte eigentlich für den Moment reichen. Voila. Ja, 35 plus 7 sind 42. Nur für den Fall, dass jetzt jemand gesagt hat... Äh, äh, der kann nicht mal rechnen. Das sind nur 35 Schuss. Hahaha. Ja, den hat der Flinta mitgezählt. Aber danke. So. Run an. Ihr versteht? Run an dein Zwerg. Hahaha. Und jetzt. Was? Brad? Das ist Jill. Brad? Es ist broken. Es ist broken. Meine Witze heute sind auch wieder Klassiker am Stück, ja? Ich glaube, die sind so gut, keiner von euch möchte sie wissen. Wissend, nicht missend. Wissend. Fido, sitz. Nein, nein, nein. Sitz nicht. Jawoll. Ja, rutsch mir doch den Buckel runter. Der kann mich fallen. Der kann mich mal an meinen haarigen Chill-Arsch lecken. Jaha. Komm, runter. Hüpf. Juhu. Na. Hättest du wohl gern, ha? Du Slange. So. Jetzt hier. Vorsicht, aufgepasst. Zwei Hunde oder hab ich die umgelegt? Aber ich sie umgelegt. Aber ich sie umgelegt. I hear nothing. I hear nothing. So, das heißt, hier wär schon mal safe. Hier ist auch safe. Hä? Nein, normalerweise stellt doch Barry hier so Zeug hin. Nein, Barry. Warum? 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 Verdammt. Der Kacke. Oder kommt das erst später? Hm. Hm. Das wird unangenehm. Okay. Hallo, wer ist da? War's das? Verdammter Scheißhunter. Jetzt ist er tot. Ich mag die Bieste nicht. Ich mag die Bieste nicht. Ähm. Hallo? Ha, ha, ha. Kann ich hier die Tür öffnen? Ich sollte mir angewöhnen, mal zu gucken, was das für Schlüssel sind. Ist er dort, Grun? Schalter. Ja, drück mal drauf, wird ja nicht das ganze Haus explodieren. Was haben wir hier? Uh. Uh. Mag nun Geschosse. Ja, die mag ich doch gern. Was haben wir hier? Aha. Ein Buch. Flüche Band 1. Cool. Muss ich mir unbedingt mal besorgen. Dann lebe ich mal anständig zu fluchen hier. Ha, ha, ha. Aha. Was haben wir hier? Was das? Ich kann nur den Mond und den dichten Wald sehen. Aha. Chili, dann macht's dir Augen auf, ja. So. Wohin als nächstes? Wohin? Genau. Ich glaube, wir gehen doch mal hier durch. Ah. Nein, 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 nein. Schieb ab, Alter. Schieb ab. Weg. Cool. Oh. 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 Was? Aber ich. Was? Aber ich. Was? Ach chill, komm, das ist doch nicht so wild. Was? Das ist nur ein kleiner Sch... Ach scheiße. Nein. Und wer hat's nicht gespeichert? Ich hab's. Ich hab's. Scheiße bin ich dumm. Scheiße bin ich dumm. Ich hab's. Hm. Resident Evil. Ja, das... Das Auchimagouchi. Ohhhh, das darf doch nicht wahr sein. in der nur das Überleben zählt. Viel Glück. Ja, danke. Ich kann es gebrauchen, du Pedder. Oh, echt jetzt? Also. Kombinieren. Dann haben die fünf oder sechs Schuss haben eigentlich gereicht. Das heißt, den Rest kann ich hier lassen. Und mich direkt schon mal mit dem hier wo ist es? Ausrüsten. Nothing here. Gemixte Kräuter nehmen wir auch gleich mit. Was haben wir hier noch? Einheilungsspray nehmen wir auch noch mit. Und verdammt noch mal, diesmal will ich verflucht sein, wenn ich nicht das rote und das grüne Kraut bevor ich in diesen Schuppen reingehe, mitnehme. Ich war einfach zu faul. Zu bückfaul. Machen wir die Pflanze noch mal. Alle? Oh, scheiße. Echt? Oh, das nervt jetzt aber. Das nervt aber tierisch. Aber genau darum, genau aus diesem Grund hätten es die Hunter in die Filme von Resident Evil verdient. Das waren mit Abstand die größten Arschgeburten von Resident Evil. Und was nehmen sie in den Film? Ein Lecker. Ein leckerer Lecker. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, die Lecker sind auch cool. Die kommen dann im zweiten Teil vor. Da freue ich mich jetzt schon gar nicht drauf. Aber die Hunter das Urgetier. Die waren einfach nur geil. Nur geil. Da hast du stundenlang vom Bildschirm geklebt und hattest Angst, dass dich irgend so ein Scheißviel erwischt. So, jetzt zu dir. Keine Gegend daneben. Ich glaube, das war es aber schon. Das können wir leider jetzt nicht überspringen. Das ist aber schade. Bis zum nächsten Mal. Hier ist gerade ziemlich laut. Darum halte ich meine Klappe. Ich muss da immer mit den Lautstärken-Einstellungen rumspielen. Ich glaube, kein Spiel, das ich habe, war jemals so laut, dass ich es runterdrehen musste. Ja, danke, Barry. Genau. Geh mir genauso, Barry. Geh mir genauso. Und geh du erst mal zurück ins Haus, ja? Nein, echt? Barry, bitte geh du zurück ins Haus. Kriegst auch den Schlüssel und die Munition. Ich warte dann einfach hier in der Ecke. die Knie die Knie umschlungen. Wippe weinend vor mich hin. Ciao, Barry. Mach's gut. Ich denke, so wie das Spiel jetzt verläuft, wird Barry wahrscheinlich sterben. Das habe ich euch... Hoppla. Spoiler-Alarm. Nee, aber ich glaube, das habe ich euch ja schon mal gesagt. Und ich glaube, es erwischt Barry. Bin mir noch nicht ganz so sicher. Weil hier kann ich das auch nicht überspringen. Oh, Leute, ich bin jetzt... Wesker. Wesker. Ja, aber nicht wegen dir, du Arsch. Ja, ja. Am Sack kraulen musstest du dich. Ich kenne dich doch. So, kann ich jetzt... Yes, you're right. So, ja. Genau. Genau. Ja, genau. Ja, dann lass mich gehen. Lass mich gehen. chill, halt die Klappe. Chill, halt die Klappe. Ja, will ich. Lass mich gehen. Ja, ja, ist okay. Verpiss dich. Oh, hoppla. Als bin ich über eine kleine Wider gestolpert. Ich hoffe, es war nicht die... Maya! Maya! Ja! So. Äh... So. Wir werden hier wieder nicht speichern, weil bis hier kriege ich es noch hin. Wenn ich speichere, dann hinter dem Hunter, der mich gekillt hat. Da will ich speichern. Da werde ich speichern. Wenn es das Letzte ist, was ich tue in dieser Folge. Ja, jetzt hat Brad noch was zu melden. Schieß los, Brad. Das ist Brad. Ich weiß, du kannst mir nicht antworten. Aber irgendwie, gib mir ein Wort. Äh, bitte? Das ist Jill. Brad? Was ist? Es ist broken. Kleine Spoiler-Warnung an alle meine kleinen Freunde da draußen. Brad werden wir auch noch kennenlernen, aber nicht in dem Spiel. Aber wir werden Brad auch noch kennenlernen, so... War für einen Moment, wenn wir ihn kennenlernen. Und danach ist er wieder weg. Hey, Fifi. Alles klar? Komm, komm, komm. Wer ist schnell? Du, Urs. Du, Urs. Du, natürlich. Du, natürlich. Das war schweineknapp. Oh, Himmel, Herrgott. Der Husten bringt mich noch ins Kopf. Oh, schwindelig. Zu stark gehustet. Juhu, Juhu. Das ist eine Schlangenparade hier, ha? Mhm, mhm, mhm. Ich sehe es, komm. Okay, ne, ich verknallte mir den jetzt. Das, das... Ich hatte jetzt einen Konter für meinen Spruch gehabt, aber den verknallte ich mir jetzt. Das hier, der wäre... Das hier, der wäre... Zu geil. So. Hier. Du bist ein grünes Kraut, oder? Jawoll. Nehme ich mit. Scheiße. Ich kann nur das grüne Kraut mitnehmen. Ich könnte natürlich jetzt das grüne Kraut benutzen. Dann sind wir wieder auf Okay. Okay. Dann hier. Das mitnehmen. Ist immer gut, ein rotes Kraut bei sich zu haben für den Fall der Fälle. Vor allem jetzt im Fall des Gefälles. Oh, wenn mich der Penner jetzt wieder umlegt, dann rast ich aus hier. Dann warte die ganze Folge für nix. Wir sind schon bei 25 Minuten. Bei 25 Minuten! Und ich bin noch nicht wirklich weitergekommen jetzt hier. Jetzt aber hier aber richtig hier. Da ich jetzt sowieso keinen Platz beim Inventar habe, gehen wir erst speichern. Ja, ja, komm. Ist gut, komm her. I have waiting for you, huh? I have been waiting for you. Verzau. Komm her. Leg dich hin. Bleib unten. Nochmal sag ich's nicht. Oh! Du Penner! Direkt wieder tot. Ah, nee. Okay, okay. Das Leben hält sich noch im Ganzen. Okay. Boah, jetzt. Mit dem wird nicht rumgespielt hier. Dem gebe ich jetzt direkt ein paar auf seine Ostereier. Ostereier. Easter Eggs. Haha, Easter Eggs. So, komm. Bist du da vorne? Komm her. Zack. Zack. Komm, 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 komm. Jawohl. Oh, da hängt ein Zettel. Da hängt ein Zettel. Barry. Du bist der Beste. Oh, ja, Barry. Oh, ja, Barry. Mach mich glücklich. Barry. Du alter Schweinehund. Du weißt, wie man ein Mädchen glücklich macht, ha? Mhm, mhm. So. Jetzt glauben wir uns das Zeug mal schnell alles zusammen. Hier, die brauche ich jetzt für den Moment nicht mehr, glaube ich. Das lassen wir auch mal hier. Das lassen wir hier. Ja, die zwei Heilungen und die Munition, die nehmen wir mit. Jetzt erst mal hier noch schnell alles zusammenklauben, was geht. Äh, den auch noch. So. Oh, geil. Jetzt nur nicht vergessen zu speichern, äh, alter Mann. Ja, hier, das... Ah, ja. Boah, hab ich jetzt schon viele Sachen. So. Haben wir sie? Farbband. Farbband. Yeah, nice. Damit können Sie Ihre Fortschritte speichern. Möchten Sie das Farbband benutzen? Äh, nein. Natürlich nicht. Ich gehe nur zum Spaß an Schreibmaschinen ran. So. Überschreiben. Nice. Der Scheiß. Ich sag's euch. So. Wir haben gespeichert. Wir sind zurück im Herrenhaus. Ich habe die Pflanze auf eure Art und Weise kaputt gemacht. Ja. Chill. Willst du auch noch was sagen? Chill. Sie will nichts mehr sagen. Gut. Dann, ähm, ja. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war eine anstrengende Folge diesmal, aber ich habe sie noch hingekriegt. So. Ähm. Ja. In dem Sinne. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Resident Evil Retro. Der Klassiker. Bis dann. Ciao.